Musik Wir begrüßen Sie in der Bäckerei, Konditorei und Café Grieser in Ochsenhausen. Musik 1966 von Hubert und Hildegard Grieser gegründet, wird das Familienunternehmen seit 1999 von Sohn Guido und Frau Christine weitergeführt. Musik Gemütliches Frühstück mit der Familie, leckeres Mittagessen mit Kollegen oder eine Pause mit Freunden bei Kaffee und Kuchen. Musik 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 Romantisch wird's beim Candlelight Frühstück. Musik Eine unserer vielen Frühstücksvarianten mit frischem Obst, Gemüse, Schinken, Lachs, Eierspeisen und einer reichhaltigen Brotauswahl. Musik Unsere leckeren Kuchen und Torten werden in der hauseigenen Konditorei liebevoll gebacken und verziert. Musik 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 Täglich frische Backwaren und süße Versuchungen erhalten Sie in großer Vielfalt. in unserer Bäckerei. Musik Musik Mit unseren neu gestalteten Transportern beliefern wir unsere Filialen und zahlreiche Firmen in der Region. Musik Auf ihren Besuch freuen sich Christine, Guido, Niklas und Pirmin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020